Es wird ein schöner Tag heute. Maria. Ja? Du sollst doch nicht pfeifen. Oh, ja. Dankeschön. Sein geistliches Lied sollte man eigentlich schon pfeifen dürfen, nicht? Wie kannst du so etwas sagen? Und Mädchen dürfen überhaupt nicht pfeifen. Ja, lass mal rein, Josef. Ich muss ja in die Schule. Gut schau. Juni, komm. Juni! Juni, komm! Verzeihung. Grüß Gott, ich bin da. Warum freut ihr euch denn so? Ich habe eine schwarze Nase. Was habe ich? Eine schwarze Nase. Ich habe eine schwarze Nase? Na wahrhaftig. Das müssen wir aber ändern. Besser? Ja. Wir kommen heute zu den Buchstaben D. Weiß jemand von euch ein Wort mit D? Leni? Donnerwäldchen. Donnerwäldchen. Na ja. Margit? Dampfer. Dampfer, schön. Liesel? Deifi. Maria. Maria, Sie möchten gleich zur erwürdigen Mutter Ebtissi kommen. Ja, ich... Gehen Sie nur. Ich bleibe so lange hier. Bitte. So, was habt ihr denn bis jetzt gelernt? Lieber Gott, was habe ich denn heute alles angestellt? Ich habe gepfiffen. Ja, und dann habe ich mich ein bisschen verspätet. Ja, und dann bin ich das dritten Geländer runtergerutscht. Oh Gott. Lieber Gott, verzeih mir das. Oh. Heilige Maria, Mutter Gottes, mach, dass die Ebtissi mich nicht hinauswirft. Amen. Also, das sind meine Kinder. Und das ist Frau Maria, die von jetzt an das Kommando. Und das ist meine Kinder.